Hallo und da sind wir auch wieder. Ich kenne jetzt die Namen und zwar The Headman Shadow Wars. Das spielen wir. Ich glaube, ich habe jetzt mal die Grafik geklärt, dass das eigentlich... Alter, ist das laut. Aber natürlich ist das so. Ja, das war ein guter... Ah, hier kommen wir zum Beispiel. Hallo. Hallo. Kann ich mich doch nicht? Ach. Mit C können wir uns... Keine Ahnung, was wir da haben. Ja. Gucken wir vielleicht vorhin ausgucken. Ne. Bevor wir hochgehen? Ach so, schön friedlich. Aber wie ich... Also ich... Ja. Keine Ahnung. Dann gehen wir hoch. Aber... Wie ich... Als ob meine Daughter was missing und ich würde nicht kommen. Da gehen wir gleich rein. Ja. Das Spiel hat hundertprozentig noch... noch... gruselig. Das Spiel hat ähm... 24 Cent auf 7 gekostet. War gerade im Hangbot von 99 Cent. Also... ein kleines schönes Indie-Horror-Spiel ist auch mein zweites glaube ich nach... den glorreichen Overcast. Hallo. Hallo. Die Tür geht doch gleich hinter mir zu. Alter, werd ich mit dir. Oh... Oh... Was ist... Hallo? Oh... Bei... Zona gehen kann ich auch kein... Bock mehr. Oh... WAH! Ehhh... Holy... Now you have my attention. Suddenly the Funhouse doesn't look very fun. Woah... Leute, ich sehe genau so viel wie... wie ihr. Das macht es nicht... Was bist du? Ja, schön... Im... Inventar schließen. Du hast etwas übersehen. Okay. Okay. Uh... Once again... A prisoner to my insomnia. I decided I might as well start writing things down like they asked. I'll get bonus points towards extra dessert. And something to do for now. I can hear the person in the next room snoring, people whispering, and the phone ringing at the nurse's station outside. I'm remembering the dream I had last night where a tall man in a hat came to my bedside and told me he would take me away soon. I'm making a mental note to mention it to the doctor later. Community group is over. I'm not sure who thought having insane people entertain each other was a good idea. Surprisingly, everybody was there today. Nobody killed themselves. That makes it a good day. Somebody cried today, but somebody always cries. Today's goal is to keep myself distracted and try not to think of new ways of killing myself. I told them I'm past it. Been there, done that, I said. But they didn't think it was funny. I remember something else about my dream. The man in the hat was wearing all black. Even his hat... The man with the mood was white. I remember my dream. The man with the mood was white. I remember the mood was white. Also his chin was white. Even his eyes were white. He was white. I couldn't describe his eyes. It was like he had no red eyes. He had no yellow eyes. sockel schien auf meine seele werden ziehen was nur leere sockel schien auf meine seele werden ziehen okay ich erinnere mich so glücklich wenn er sagte er würde mich von hier weg aber jetzt habe ich angst wenn er könnte mir zu nehmen also die übersetzung ist auch nicht so ganz 1 zu 1 halts maul was bist du hast mich wow super happy fahren lieft super happy fahren lieft ihr kommt achs was wollte ich jetzt ok da war es getan nicht da jetzt der teddybär jetzt können wir uns hier verstecken wenn es sein muss hier credits ok es tut mir da ist das muster es ist gut brechen dinge egal wer das war ich antworte später die über deutsche übersetzung ist nicht so ganz pralle aber ich denke mal ihr könnt das 1 2 1 vielleicht verstehen was sie sagen also ihr versteht schon was sie meinen denke ich also mir fehlt noch zwei seiten wir müssen direkt eigentlich unter das zimmer das war durch die der tochter schnauze draußen ja tun halt ich muss das fenster wenn auch von weitermas und brechial warmes das macht mir trotzdem angst alter was hier alte ich sag nicht mal auftauchen mit dieser anspannung anspannung weg geht ich habe ich liebe das spiel die ist da komm her 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 ich kann jetzt eines kletters aber jetzt wurden mit schlampig Joes zum Mittagessen schienen, nichts mit mir zu tun haben. Ich habe versucht, meinen Traum zu bringen, aber das nur zu einer Diskussion über mehr Medikamente zu führen. Wie jeder bekam, um zu gehen, Tanja ging mir zum Bücherregal, griff hinter sie und zog ein Buch. Sie erzählte mir über die Schattenmenschen und speziell jemand, B... Was bestell ich? Process group with a social worker seemed like a huge waste of time. Everything we talked about after they said we were having... Ich gehe raus. Alter, was für... Ist denn da draußen irgendwer oder was? Hör doch aufs Maul. Töne... Oh.... Hör doch... Hör... Die so blöde Sao. Die von hinten ansteigen. Komm her! Komm, komm, eins gegen das, komm! Komm, komm! Ist der Ort denn? Wie denn der Teddybär? Was steh ich mal hier hin? Für Freizeittherapie lasse ich das Buch von Tanja. Las, also lasse ich das Buch von Tanja. Es war eine Zeitschrift, die von anderen Patienten über ihre Begegnung im Asyl mit den Schattenmenschen erschrieben. Ein paar hatten sogar gesehen, den Hutmann genauso, wie ich es tat. Äh, hä? Den? Egal. Ich war immer noch lesen, wenn sie leuchtet rief, nun weiß ich nicht den Anspruch viel zu wissen, aber das lesen über einen Mann, der die Menschen leben, drosseln und stiehlt. Ihnen ihre Seele wird nicht empfohlen. Das lesen für Schlafstörungen kurz vor dem Schlag und Gegner, aber jetzt weiß ich, wer ich bin. Zu tun haben, auch wenn es über, wenn es nur die Medikamente zu schaffen, in meinen Kopf. Was? Hä? Oh, lass mich. Ich hab jetzt alle Seiten. Jetzt. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich mach dich so fertig, ich schwör's dir. Ich muss da lang, denke ich. Jetzt muss ich wieder zurück. Ich geh mal zurück. Dicke Hals. Noch eine Seite. Okay. Macht einfach Pause. Ich muss nochmal komplett... Diese Sendung... Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Suddenly the Funhouse doesn't look very fun. Okay, we'll do this a bit more faster. So. Who knew I was so good at breaking things? So. Wollen wir das mal ein bisschen beschleunigen? Wir wollen jetzt mal. Ist das alles random? So. Das ist random. Ja. Gleich. Boah. Wenn der Rotman kommt, renn. So. 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 Ich habe einen Kaffee. Ich hab ungerne lange an einem Raum. Ich hab ein Pumper. Ich hab ein Spider. Hä? Oh, ist das Spiel? Geil. Ich werde nun mal so eine kleine Indie reinbringen. Wo? 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 Sobald das Licht anfangen zu schlagen... Oh, hey, kid. Wissen wir... Der Hutmann kommt. Ja, ich guck doch gleich. Die Folge ist doch eh gleich vorbei, Jungs. Geht's weiter. Da geht's weiter. Im Raum, oder wo? Nee, das ist nicht viel. Boah. Ist so zu. Da willst du doch... So, ab jetzt kommt doch gut, Mann. Okay, wir spielen bis zum nächsten Tod. Einfach an. Einfach bitte Pause machen. Ich lieg auf mein Bett, mein Haar ist voll. Ich vermisse Nacht. Also, das... Jetzt ist das... Wo muss ich das auch machen? Der war direkt über uns. Holy shit. Ich weiß nicht, wenn ich noch was klo. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? So, ich... Renn oder kämpfen? Renn oder kämpfen? Wo ist denn der? Renn oder kämpfen? Renn, ren, ren, ren. Der verbrennt ja nicht. Der verbrennt 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 nicht. Alter! Schnell weg hier! Fuuuck! Der verbrennt nicht. Der verbrennt nicht. Der verbrennt nicht. Ach, Scheiße! Ey komm, der stande mitten in der Tür. so, dann bedanke ich mich fürs zugucken, falls ihr noch noch eine Folge haben wollt schreibt sie mir bitte in die Kommentare und dann werde ich natürlich für euch eine weitere Folge machen oder zwei mal gucken, bis wir es schaffen aber bis dahin habt noch einen schönen Tag und wir sind uns im nächsten Projekt tschüss, bis dann